Dann drehen. Klappe. Bitte los. Ja, der erste Drehtag ist vorbei. Alle waren hochmotiviert. War sehr anstrengend, aber wir haben es geschafft, die komplette Episode 1 abzudrehen. Das heißt, die ersten 7 Pizzas sind geliefert. Wir laufen. Bitte öfter. Okay, die Pizza ein bisschen höher halten. Genau. So, ich mache jetzt eine zweite, also die erste, ich weiß nicht. Und bitte los. Natürlich mussten wir ein paar Sachen erst ausprobieren, ob die funktionieren. Normalerweise? Ja. Steht auf der Pudel. Also ich komme zuerst von rechts ins Bild. Und dann, jetzt stellst du die hoch, wenn du nach links gehst, machen wir das und da musst du ein bisschen mitfallen. Wir müssen das ausprobieren. Eigentlich habe ich mir gedacht, du gehst los bei, dafür wollen wir uns wirklich von Herzen bei euch bedanken, mit Einkaufsgutscheinen, Spielekonsolen, vielen, vielen anderen. Und während er sagt, während der Aufzeit, was in den Parken drinnen ist, gibst du die 3D-Brille auf. Dann stelle ich mich dann mal einen rein. Und ja, also eins, zwei, drei und dann? Dann nehme ich ihn schon. Du gehst dich zum Reiner, setzt da die 3D-Brille auf und schaust auf die Leinwand. Und der Eik geht nachher auf die Seite, wo halt der Konzert steht und du drehst dich dann auch zur Leinwand und siehst ebenfalls die 3D-Brille auf. Das war's. Ob sie das jetzt ausgeht mit dem Weg da oben, weiß ich nicht. Du musst ja schauen, früher losgehen. Der Blick auf die Mandarimis, wie ist der? Überraschend, dass die da sind oder bei Mitgliedern? Nein, ihr wollt nicht wieder zurück, glaubt's nicht, ihr kommt zu uns aus. Das ist der Blick. Den Drehplan bin ich zwar ein bisschen hinterhergehängt, aber am späten Nachmittag konnten Lisa und Lara endlich Mike und Steve kennenlernen. Wie geht denn los? Ah, ihr seid sicher Lisa und Lara. Ihr habt da ja ein ganz, ganz tolles Video gedreht. Ah, ich bin... Tja, ich freu mich schon auf den nächsten Drehtag, da geht's ans Meer.